hallo leute es geht weiter ich bin jetzt immer noch in diesem schloss teil irgendwas und nein ich hasse dieses teil ich hasse es ich hasse es abgrundtief scheiße verpiss dich geschafft noch man kann ich nicht einfach weiter klettern dieses scheiß teil wie soll ich das schaffen man scheiße ich dachte schon was macht die tür hier was ist das für eine tier was gibt es da unten das ist ein witz wie soll ich da rankommen dich du scheiß spaß die man man fick dich mal mal ich will da wieder rein ok jetzt muss ich perfekt abspringen super ok du hast die effektiv kleiner spaß die auch mal dieses spiel das lasst mich so austicken hier spring und das gefällte luigi spring spring um das leben äh wo kann mich jetzt hin was ist das für ein ort ey ey was war das was war das jetzt ey sag jetzt nicht ich bin jetzt ich habe diese ganze scheiß nur wegen das hier gemacht egal die man durch diese hier ok das ist wenigstens etwas damit kann ich mich zufrieden lassen und zufrieden geben ok wir haben alles nur viel sowas gemacht aber wie soll ich jetzt da hochkommen verdammt nochmal oder gibt oder kann ich das was ich kann ach fick dich verpiste ich verpiste ich trifft mich nicht verpiste ich man verpiste ich einfach scheiß pflanze man egal ich habe jetzt drei münzen ach man das hole ich mir jetzt auch dass ich wenigstens drei habe vielleicht schaffe ich das jetzt auch noch spring ok man ok ich muss jetzt richtigen zeitpunkt abwarten man das ist nervend zerstörend das macht mich voll fertig hier dieses spiel zu fertig ich ticke hier vollkommend aus ok geschafft fick dich verpiss dich von meiner Nähe verpiss dich keine will dein freund sein niemand niemand deine eigene mami ich hasse dieses teil safe and continue warte wieder da wie ihr seht habe ich ein safe steht ja davor gemacht das war das schlau von mir ok 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 warte ok es geht weiter es geht einfach weiter es geht einfach weiter man 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 ok ich krieg die münze ich krieg die münze ich habe es geschafft ach so hä was du fick dich du kleiner du scheiß spasti man fick dich fick dich einfach fick dich man ich habe noch nie bei den let's play so viele schimpfwörter benutzt ich bin einfach böse und was bringen mir diese geldteile ob ich damit irgendwas kaufen könnte ich bin einfach beruhigen beruhigen jetzt so ok es geht nein ok nein hast mich nicht getroffen super sehr sehr nett von dir sehr sehr nett ok es geht weiter ich weiß ja wo ich jetzt hingehen muss und ich glaube ich scheiße auf die letzte münze ich schwöre auf alles ich scheiße auf die letzte münze spring ok ey ey ich konnte nicht mehr da raus was los ey dieses teil will mich doch verarschen hier ach ich gehe wieder da rein bring mir das hier geh wieder raus geh wieder rein hol mir wieder das hier kann man ja wenn man schlau übernacht denkt äh rein und ok es geht weiter man ich glaube ich hoffe ich schaffe das nur in diesen letzten drei minuten ok geschafft geschafft jetzt nur keine fehler machen ok ok komm rüber rüber ok ok oh das war knapp das war echt knapp ich habe echt mehr glück als verstand ich habe echt mehr glück als verstand mann ich habe eine münze vergessen ok ok ja what you think you are ich weiß man komme und und ok ich glaube ich schaffe den noch ach komme Komm her Wartet Wieder da, äh, okay Ach, verfickte Scheiße, nochmal Komm her, du scheiß Spasti, komm her Ja, what do you think, yeah What do you think, yeah Das ist das einzige, was du sagen kannst, Fettkopf Man, ich stelle mich echt blöd an Ach, man Tut mir leid, wenn der Zaun So, äh, laut ist Ah, man Man Fick dich Stopp Wieder da, ja Ich hab's nochmal gemacht Nicht normal gemacht, Safe State gemacht Ah, du Verfickte Scheiße, nochmal Ach, Leute Wir sind uns im nächsten Part Tschüss